Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker, willkommen bei Gears of War Ultimate Edition. Es geht weiter hier mit meinem Phoenix auf Wahnsinnig. Auf Wahnsinnig schwer, Wahnsinnig schlecht, Wahnsinnig nubig. Nein, so ganz schlimm ist es auch wieder nicht. Es geht schon über Becks, aber man muss sich einfach konzentrieren, wenn man auf Wahnsinnig spielt. Wahnsinnig passt zu mir eigentlich. Also es ist auch gut so. Es ist mir Zeit, dass es geladen wird. Wenn wir schauen, wo der letzte Checkpoint war, da waren wir doch irgendwo oben bei diesen... Was war denn das? Genau da. Ach. Verdammt, jetzt müssen wir das nochmal durchspielen, aber es macht auch nichts. Das war der Checkpoint gerade da und nicht eben da hinten, wo ich dann letztens draufgegangen bin. So, Maden trifft sich gut. Kommt her, meine Freunde. Flankieren ist ein Thema, genau. Du, wo haben wir denn da einen Gegner? Da ist einer. Jawohl, sie gehen auseinander. Ah, kann man aber wo? Das Loch zu? Weiß man nicht, gell? Perfektes Nachladen, sehr schön. Ah, da wollte ich nicht auch. Jetzt bin ich zu weit vorne, glaube ich. Ich kann raus nochmal, ist ein Luchter. Da habe ich eigentlich eine Zweitwaffe mit, nicht, gell? Dann muss ich in die Mitte hammer burst. Danke, Herr. Wo ist denn das hin? Aber sie jetzt schauen, habe ich nicht. Lass dich nicht stören. Oh, ich gehe mal von da über die rechte Seite wieder. So. Ich bin gar nicht tief, ne? Ich muss nicht da sein. Oh, zu weit. Wo ist denn noch einer? Wo ist denn der? Dann macht er das mit der Siege, ist auch gut. Laufen wir gleich alle hin. Gibt es ja nicht irgendwas, alt? Munition. Irgendwo ein Gears of War Logo, sehen wir da nirgends, oder? Hätten wir sehen, wo es versteckt ist. Da hinten sehen wir, wo es blinken. Jawohl, Munition. Die kann man natürlich immer brauchen, sonst ist ja nichts zu sehen, außer eine schöne Umgebung. Ich meine, schön unter Anführungszeichen. Schön kaputt, aber trotzdem. Das ist ja nichts zu sehen. Zentrale, hier Delta. Haben Alpha gesichtet. Mögliche Opfer. Keine Spur vom Resonator. Roger, Delta. Weitersuchen. Resonator. Ich öffne die Tür, ich hab den Code. Dann machen wir mal auf. Ich wollte kurz sagen, wenn sie sich noch Gegner haben, hört da. Was hat denn, ne? Wo? Schau mal raus, da ist ein Loch. Das ist wirklich eine Granate mehr, oder? Doch, prob ich. Doch, ist zu. Wunderbar. So schaut's aus, jawohl. Oh, hat's in Deckung. Oh, schein, eben Kleister. Mann, das hab ich so schön gemacht, aber nein. Es sei mir nicht vergönnt. Sie können eine Granate auch blind werfen. Super. Mach ich die Augen zu, oder wie? Okay. So, lade, ein bisschen schneller. Ich will wieder meinen Lanzer bedienen. So, ach man, sind wir ja da vorne. Ich öffne die Tür, ich hab den Code. Na, mach auf, mein Freund, mach auf und lass mich da jetzt austoben. Na, geht noch nicht auf. Jetzt geht auf. Wo ist denn? Wo ist denn? Oh, scheiße, erst. Leute, die in Freude in Deckung gehen sollen, aber nein. Bleibt wieder stehen, hey. Und nochmal von vorne. Wie wahnsinnig eben. Das Aufklatsch müssen wir auch rühren, da kann man ja, wenn er geht, dann in das Knie schießt, dass sie in die Knie gehen und dann kann man ihn entsprechend mit gewissen Moves, äh, ja. Oh, wir sind aber nur 10. Ich öffne die Tür, ich hab den Code. Oh, oh. So ist er. Oh, der ist rot rum, ist er cool. Oh, oh. Komm raus. Oh, ja. Wir sind da da, oder? Oh, oh. Oh. bereit wo ist denn einer munition sehr schön da unten kann ich schon wenn man sich um die Ecken schaust, dann stirbt man das gute Zeug das ist wirklich prima und das kann man erinnern scheiße Was ist denn ein bisschen zu englös? Wo ist er wieder reichlich knapp? Ist er wieder reichlich knapp? Oh oh! Bin leer! Oh ja! Wo ist denn einer? Wo ist denn einer? Genau! Wo ist denn einer? Wo ist denn einer? Wo ist denn einer? Das ist schon eine geniale Grafik, die schaut schon lässig aus. Halt! Da! Wieder! Stark! Das war ein sehr großes Areal! Da! Wollen wir mal schauen, ob irgendwas versteckt, verbirgt da. Ich hoffe, das ist nicht Hoyas da unten. Sein Junge wurde letzte Woche zwei Jahre alt. Da! 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 Dann! Und, natürlich! Das ist wirklich! Die Huhu marken sind weg ist das der resonator was nun holen wir den resonator was denkst du was ich denke könnte alpha sein oder auch eine falle der lokust es gibt nur einen weg das herauszufinden unser nächstes ziel ist das haus der souveräne geradeaus schnell das haus der souveräne retan drückt ist nicht gut versuchen zu flankieren die 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 ich muss eigentlich meine kollegen unterwegs oh man bereit zum schuss was macht er denn? was macht er denn? komm schon raus oh granaten granaten Kraten, Kraten. Oh, da kommt einer rein, das ist jetzt ein bisschen eine böse Geschichte da jetzt. Oh, verdammt, daneben. Oh, jetzt bin ich ja tot. Oh, da drüben ist einer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, scheiße. Ei, 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 ei. Ausgangslöcher versiegeln, suche nach AlphaTrip. Ja, äh, AlphaTrip, AlphaTrip. So einen Versuch machen wir noch. Schauen wir, bis der wie ich. Oh, die erste Granate ist schon mal daneben gegangen, das ist eine schlechte. Natürlich müssen wir möglichst schnell zu kriegen. Sonst einfach die Racken am... Die Racken. Ich rede schon wieder auf der Blödsinn. Die Ratten am Nacken. So, muss ich sagen. Granat mit mir voll. So, jetzt machen wir jetzt zu da. Ah. Was tue ich denn? Du, ein Granatenverschlemmer da. Stark. Boah. Na, rüber wieder. Weg raus. Woh, ist geschehen die Granaten homströme? Haben sie. Ah, Deckung, Deckung, Deckung. Wo iss n das? Weg raus. Oho! Ach Scheiße, Mann! Ja, da komm ich noch hin. Da bin ich damals ein bisschen kank. Oh wehe, jetzt geben wir schon hin. Die Granaten werden eh fallen, ok, dann müssen wir schauen, wie sie die dann auch mitnehmen Verledigt, nächstes Jetzt holen wir die nächsten Granaten Dieses hin, so, dann ist die nächste gleich da Instant zu, super, dann müsste das die nächste da hinten kommen, oder? Oh, daneben, glaube ich, ja Zuschätze aus, mein Freund, Zuschätze aus, bis dann rüber Ah, geht doch Die Granaten schnappen uns gleich wieder Wir müssten doch inzwischen ein verdammtes Mittel dagegen haben Sicher, es wurde alles probiert, aber nichts klappt Die Locust kommen nach belieben Wegen so etwas hatte ich als Kind Albträume Scheiße, auch jetzt noch Da ist ein Logo zu sehen Das heißt, irgendwo muss da ein Dock Deck rumliegen Die Frage ist nur, wo Wo wird denn das sein? Da ist es Da ist es versteckt Immer schön die Augen offen halten, wenn ihr das spielt Dass ihr alles findet, alles seht Oh, die sind ganz nett im Coop, ist es lästig, diese Station da Denn da wird man dann aufgesplittet auf Zwei Teams Und da muss man wirklich, ja, da müssen wir wirklich beide überleben Gerade auf Wahnsinnig ist es dann Ja, ordentlich C So, und bevor wir uns da trennen Mache ich ein Päuschen, wir sehen uns beim nächsten Mal So, wenn ihr wollt natürlich Da kenne ich natürlich an eure Views, an eure Daumen hoch Und, ja, für dieses Mal soll es genug sein Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde Ich wünsche euch was Tschüss, ciao, euer Bitwalker bis zum nächsten Mal,ometer Bis zum nächsten Mal, came Okay Untertitelung. BR 2018